Unsere erste B-Seite. Hier für uns. Du wisst, dass ein Bild, dass B-Seite mit B anfängt? Wie der Name eines Arztes... Here we go! Sorry, sorry, ich muss kurz unterbrechen. Wir brauchen gruseligere Stimmung hier. Ja, das ist wichtig. Könnt ihr vielleicht... Ich spiel mal so eine Gitarren an. Eure Gesichter reichen nicht. Könnt ihr danach... ...machen... ...das Geräusch, was Fledermausen eventuell machen würden, wenn sie uns verstehen können. Also ich mach das mal vor. Ich frage den Pappen, das machen wir ja auch über den Pappen. Sie haben es schon verstanden, wir können es gleich spielen. Das machen Fledermausen bei der Pappen. Das ist doch nicht gruselig. Nein, beim Kacken machen sie ja... Achso, wir wollen heute... Weißt du, wie viele Fledermausen du mir damals geschenkt hast? Das waren die auch alle nur gekackt. Ach, den ganzen Tag nur gekackt. Das war ein einziges... Ich dachte immer, das wäre ein Taubenschlag. Aber es war ein Fledermaus. Alles Gute zum Geburtstag fragen. Nein, ich hab heute nicht geburtstag. Letzte Woche auch nicht. Aber danke für die Fledermausen. Kack, kack, kack. Ihr wollt nicht wissen, wie mein Zimmer gerochen hat. Ja, okay. Zum Thema des Blödes, die wollen es ja wissen. Okay, ich mach euch das Moff. Auf die Platz! Die Fledermausen erschrecken die Menschen mit einem... Ich kacke, ich kacke! Und dann kommen die Geister. Und die sagen, huh, ich kacke auch! Nee, nee, nee. Vela, du weißt. Klassischer Geisterspeak ist... Schuhu, schuhu. Schuhu, schuhu. Das stimmt. Wir wissen alle hier. Das stimmt. Schuhu, schuhu. Vielleicht teilen wir es räumlich auf, damit es etwas spannender wird. Ihr... Ah! Ihr... Schuhu, schuhu. Vielleicht kann ich nur mal das Schuhu, schuhu hören? Schuhu, schuhu! Ein bisschen unheimlicher geht's auch, oder? Unheimlicher! Aber nicht leiser! Also... Also... Ihr kriegt das schon nie. Ihr seid noch ein bisschen leiser beim Schuhu, schuhu. Und dann kommt... Und dann ist endlich die Tribüne dran! Dann kommt der Wehrwolf ins Zimmer. Die Tribüne ist der Wehrwolf. Der Wehrwolf. Was macht der Wehrwolf? Und wir müssen sagen, was der Wehrwolf macht. Ein typisches Wehrwolf. Okay, Tribüne. Wir... Wir zählen auf euch. Macht mal den Wehrwolf. Ein, zwei, drei, vier! Ja... Ach, wir fahren uns in die Hosen. Gute Flederhaus. Okay, noch mal den Wehrwolf. Ein, zwei, drei, vier! Okay, ihr wisst schon, ihr müsst extra laut machen, weil ihr seid am weitesten von uns weg. Nicht von unseren Herzen. Nein, nein. Okay, sehr gut. Ich glaube nicht, dass die lauter sind, wenn die stehen. Weil die sind ja schon so überfordert mit dem Konzert. Ein, zwei, drei, vier! Ein, zwei, drei! Ein, zwei, vier! Ein, zwei, vier! Jetzt wird so eine gruselige Stimmung. Vielleicht kann ja der sympathische Mann am Licht ein bisschen Rotlicht machen, weiß ich. Oh, du hast jetzt so gar nicht gehalten. Jetzt hast du gar nichts gehalten. Geichter Stimme! Okay. Ich bin sehr gespannt. Facing your golden colors. Oh, und wer walt! Amma dreht es langsam weg, im Fernsehen läuft der letzte Dreck. Amma ist 80 Jahre alt, sie trinkt eine Jacke und tanzt sie kalt. Sie weiß nicht warum, dann kommt sie drauf. Es ist natürlich ein Fenster auf, aber als sie es merkt, verstreut sich ihr Haar, weil das Fenster vorher geschlossen war. Und jetzt kommt die schlimmste Größengestalt von allen. Oh, der Lappi-Montagent! Was hier dann falsch miteinander? Oh, der Lappi-Montagent! Und Victor vorhat geht auf. Oh, der Lappi-Montagent! Jetzt sitzt die da und ist die Gattes verstört. Hat sie dann nicht ein Geräusch gehört? Sie nimmt dich zusammen, macht das Fenster zu Und davor am Sturz Hätt' nur Schuhe, sie büßt sich oben Will Kaffee machen, da hört sie hinter sich ein Das meines Schleifel, die Arna B Will Hilfe schreien, doch niemand wird sie hören Denn sie ist ganz allein Und Arna B, ihr Vater Vorsitzender, Frau, ich bin ein Herr Und Arna B, ihr Vater Und hinterm Vorhang steht ein Und hinterm Vorhang steht ein Ich muss sagen, wir haben es jetzt zum ersten Mal gemacht Und ihr waren die gruseligsten Gruseligsten, der gruseligsten, der aller gruseligsten Die waren so gruselig, das Wort gruseln kann das gar nicht beschreiben Gute Schleifel UndER๋ Untertitelung des ZDF für funk, 2017